Moin Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von BeamNG. Leute, wie man vielleicht dort oben schon erkennen kann, sind wir mal wieder beim Crashtest Freizeitpark. Und hier unten befindet sich die erste Aufgabe des heutigen Tages. Und zwar müssen wir mit unserem Auto die Mitte dieser Zielscheibe treffen. Ich glaube beim Dart nennt sich das Bullseye. Ob wir das mit diesem Auto hier schaffen, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wir werden hier einfach mal direkt runterfahren. Dieser Jeep bzw. Pickup ist ja auch der absolute Klassiker. So, wir sind bei 340. Alter, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich sag's euch, direkt beim ersten Mal. Let's go. Komm, 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 komm. Oh, 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 oh. Junge. Oh, ich dachte, wir klatschen jetzt nochmal schön auf Land. Aber, ja, schickes U-Boot. Sagen wir es mal so, Paletto hätt's nicht geschafft. Ja, was haben wir denn hier Feines? Guck mal, hier bei dem Ding, da hätte der komplette Freedom Squad Platz. Alter. Sag mal, was ist das denn für ein Ding? Jetzt geht's hier aber sowas von runter. Ey, das hat einen richtig geilen Sound, das Ding. Und das geht auch ab. 350, 360, 370, 380. Fast die 400. Komm, weiter, 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 weiter. Oh, ja. Oh, das wird was. Oh, das wird was. Let's. Oh, nein. Als ob wir hätten fast die Mitte getroffen. Oh, und da sind die, also, das zählt natürlich jetzt nicht. Wir haben zwar, wir sind zwar auf den Stacheln, aber, ja, Junge, wie wir auch zerfetzt wurden. So, wir nehmen jetzt mal den Lamborghini. Oh, Alter. Die Farbe ballert aber auch. Ich glaube, mit dem schaffen wir es. Was meint ihr? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Pausiert kurz das Video. Doch, der Lambo, der macht das. Na komm, enttäusch mich nicht, Lamborghini. Oh, ja. Guck mal, die 400. Schön. Und jetzt eine gerade Flugkurve. Oh, da haben wir ziemlich an Geschwindigkeit. Was? Ja, aber wir sind viel zu weit. Junge. Krass, wir dürfen, wir dürfen gar nicht so schnell fahren. Wir brauchen gar nicht die, aua, krankesten Autos. Wir brauchen so ein solides Ding. Wir könnten das Elektroauto nehmen. Das soll ja hier so ein bisschen der Porsche Taycan auf eine gewisse Art sein. So, schön. Auf leisen Pfoten, Leute. Oh, stimmt. Ich glaube, der hat auch immer diesen Heck-Spoiler. Guck, achtet mal. Zack. Schon geht er hoch. So, 280. 300. Boah, ich glaube, das könnte es sein. Weil wir werden ja gleich noch ein bisschen Geschwindigkeit verlieren. So. Genau. Jetzt gehen wir runter auf 13. Oh, das könnte es sein. Das könnte es sein. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Junge, was ist das denn für ein Paket? Hey, Alter. Der hat sich so aufgerollt, Alter, wie so eine alte Zimtschnecke. Aber warte. Das war gar nicht so schlecht. Ich probiere es. Ja, nichts passiert. Alles gut mit dem Auto. Reiß dich zusammen. Elektroauto, reiß dich zusammen. Sag mal, warum driftest du denn? Nehme jetzt nochmal an. Nein. Oh. Ja, alles gut. Aufprall. In drei. Zwei. Eins. Null. Ja, aber easy. Naja. So, kommt, Leute. So, kurz bremsen. Damit wir jetzt hier am Anfang nicht wieder die Kontrolle verlieren. Ein bisschen langsamer. Aber wie soll ich jetzt... Ich habe jetzt hier ein bisschen gebremst. Gebe jetzt aber trotzdem nochmal ein bisschen Gas. Damit wir jetzt... Oh, Zimtschnecke. 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 Da. Es war so knapp. Wisst ihr was? Wir brauchen die Formel 1. Da geht kein Weg dran vorbei. Oh. 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 Alles klar. Der Formel 1-Wagen ist ein bisschen laut. Aber 2 von... Oh, das... Ich glaube, das ist es jetzt. Ich glaube, das ist es, Leute. Vertraut mir. Ne, vertraut mir nicht. Ja. Ja. Nein. Oh, war das so aerodynamisch. Ach, Gott. Mann. Oh, ja. Der könnte sein. Noch lacht ihr. Noch lacht ihr. Aber wenn ich jetzt gleich die Mitte treffe, dann würde hier niemand mehr lachen über mich. Na, komm. Du schaffst das. Ich vertraue dir. Jetzt haben wir hier, ja. Wir nehmen den Schwung mit. Aber ich glaube, der fliegt halt sehr, sehr gut. So eine gerade Strecke. Komm, Junge. Du schaffst das. Oh, 290. Aber das... Das... Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Ah, auch wieder der weiße Ring. Leute, ich brauche jetzt den Bus. Mit dem wird es auf jeden Fall klappen. Boah, das wäre halt echt geil. Ja, ganz ruhig jetzt hier. Keine Spiränzchen. Perfekt, ja. Und jetzt Turbo zünden. Oh, ja. Du schaffst das. Ich glaube an dich, Bus. Ja, Mudo ist gerade explodiert. Oh, ja. Sehr gut. Gerade halten. Gerade halten. Ähm. Ach, komm. Ach, Mann. Ich will nicht in den Wald. Scheiß Wandertag. Aber ich glaube, das kann man schon schaffen. So, warte. Kurzer Flug hier schon mal. Ja, damit wir hier aber auch gleich saftig landen. Oh. Ja, gut, Leute. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Irgendwas hinten ist bei uns exploded. Das machen wir gleich nochmal. So, diesmal vielleicht ein bisschen langsamer. Ja. So, ganz ruhig. Ja, es ist nix exploded. Auch wenn ich den Motor gerade schon sehen kann. So, jetzt gerade, 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 gerade. Gerade, 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 gerade. Oh, ja. Oh, ja. Let's... Ah. Ja. Sieht ein bisschen aus wie eine kleine Schnecke. Vielleicht brauchen wir hier diesen Schulbus. Busfahrer Paletto, wo fahren Sie mit uns hin? Ach, Jungs und Mädels, keine Sorge. Vertraut mir. Ich vertraue dir, Busfahrer Paletto. Du würdest uns niemals ins Verderben fahren. Nein, kleiner Timmy. Das würde ich niemals tun. Busfahrer Paletto, warum werden wir so schnell? Hilfe. Ja, vertrau mir. Alles ist gut. Alles... Wow, sind wir langsam geworden. Oh Gott. Hilfe, Busfahrer Paletto. Ich kann nicht schwimmen. Ja. Ich schwimme jetzt weg. Tschüss, Junge. Hilfe, Busfahrer Paletto. Unangenehm. Also, es wäre ganz gut, Leute, wenn ihr die Story mit Timmy nicht erzählen könntet. Erzählt das bitte nicht Timmys Mutter. Ich vertraue dem Audi A8 Quattro. Komm, Audi, du lässt uns hier nicht im Stich. Wenn wir schon Timmy im Stich gelassen haben, dann doch aber nicht diesen wunderbaren alten Audi. Oh, der hört sich aber schon ganz gut an. Komm, Audi, lass mich nicht im Stich. Okay, Motor ist weg. Aber wir segeln. Oh, ja. Bitte, bitte. Als ob. Als ob zur... Äh, ne? Äh. Oh, wie platt der ist. Oh, ja. Dieser Ferrari. Der macht's jetzt. Ich vertraue ihm. Mit dem müssen wir jetzt nur perfekt treffen. Warte ab. Okay, die Kmh-Zahl müssen jetzt nur richtig treffen. Mittig bleiben. 313. 313. 313. 313. Oh. Das war so knapp. Ey, der schafft das. Komm. Ich fahr jetzt ein bisschen langsamer. Bei 313 war das jetzt ungefähr. Wenn ich jetzt ein bisschen... Was meint ihr? Wie viel... Wie viel Kmh brauche ich? 300? Ich werde jetzt gucken, dass wir bei knapp 300 bleiben. Bisschen auch schon mal bremsen. Ja. 3... Das waren ungefähr 300. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Komm, 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 komm. Kampf. Nein, noch ein bisschen. Noch ein bisschen weg. Das war gut. Es reicht sogar vielleicht 290. Schon mal ein bisschen runter, ein bisschen runter. So. Weil der hat eine gute Aerodynamik. Na, es waren jetzt 270. Nee. Das... Doch. Nee. Ah, viel zu langsam. Komm, Ferrari. Zur Seite. Porsche muss regeln. Rein in die Stacheln mit dir. Du hast die Power. Ganz ehrlich, Porsche, P-Wizsel, der macht das. Das waren jetzt ungefähr 300. Oh, ja. Oh, ja. Porsche, willst du mich verarschen? Sehr geil, Alter. Der hat so eine geile Flugkurve. Sodass ich jetzt nur noch ein bisschen vom Tempo runtergehen muss. Und dann ist das Ding im Sack. Oh, ja. Ja. Nein. Ich war zu weit weg. Ja, es ist gar nicht so einfach. Oh, ich bin mittig. Ich bin mittig. Ich bin mittig. Ich bin... Zu schnell. Ich möchte euch doch nur stolz machen, Leute. Dass ich das kann. Das ist auch das einzige Ziel, was ich hier habe. Oh, das ist doch jetzt richtig mittig. Das ist richtig mittig. Das ist richtig mittig. Das. Ich gebe nicht auf. Ich werde diese Folge nicht beenden, ehe ich da drin bin. Ich will in die Stacheln. Oh, ja. Ich schaff's. Ich schaff's, Leute. Ich schaff's. Nein. Ich werde hier nicht aufgehen. Nee, Mann. Ich werde jetzt die Folge nicht beenden. Ist wohl scheißegal, wie lange das dauert. Ja. Ja, komm rein zu Papa. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an mich. Oder an dich. Ich glaube an die Mitte. Ich glaube an die Mitte. Kann ich selber nochmal lenken? Bitte, 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 bitte. Ah. So langsam, glaube ich, ist es einfach unmöglich, die Mitte zu treffen. Das ist ein Ding der Unmenschlichkeit, Unmöglichkeit. Bitte. Nee, jetzt bin ich wieder... Sag mal, jetzt bin ich wieder zu weit rechts. Was soll denn das? Mal zu weit links, mal zu weit rechts. Ja. 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 Jawohl. Ja. Da ist es. Aufgespießt. Let's go. Ja. Leute. Das war's mit der heutigen Folge. BeamNG. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Hier ist jetzt noch der Team Paluten Kanal. Weitere Videos. Schaut auch gerne in die Videobeschreibung. Für den süßen kleinen Mini-Paluten. Und die Schmahamas beziehungsweise Sommerbox. Danke fürs Zusehen, Leute. Danke, dass ihr immer noch am Start seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschau, tschau. Tschau.